Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach dieser langen Pause, gerade auch von den Reitvideos, habe ich jetzt das erste Reitvideo von Salinera und mir. Und genau, ich werde dazu ein bisschen was sagen. Das war das zweite Mal, dass ich sie bei uns in der Halle geritten bin und das dritte Mal, dass ich überhaupt drauf saß. Einmal beim Probereiten, einmal bei uns zu Hause und dann eben da, wo es gefilmt wurde noch einmal. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach auch direkt mal an. Das war am Anfang. Das war einfach locker, flockig. Ja, leicht traben, am langen Zügel. Die Qualität ist ein bisschen schlecht, sehe ich gerade. Naja, aber ihr kennt es glaube ich schon. Genau, da versuche ich sie einfach immer so ein bisschen mit Händler so vorzulassen. Da habe ich dann auch einfach mal, ja, angeloppiert oder bin ich einfach mal angeloppiert. Auch da muss sie noch weiteres mehr vorwärts. Das fällt ihr noch so ein bisschen schwer. Da versuche ich aber mein Bestes. Genau, dann hier im Trab im Aussitzen. Ja, da war einfach auch erst mal mein Anliegen, sie schön vor mir zu kriegen oder die Nase eben vorzubekommen. Da wieder der Übergang zum Galopp. Da finde ich, sieht der Galopp schon deutlich besser aus. Es ist deutlich mehr vorwärts zu erkennen. Und genau, ich habe die Zügel ein kleines Stück kürzer genommen, aber auch noch nicht viel. Da ist sie mir einmal ausgefallen. Es fällt mir noch sehr schwer, von oben wirklich zu erkennen, ist sie jetzt zu langsam, ist sie jetzt zu schnell. Deswegen ist mir da auch ausgefallen, weil ich dachte, ja, jetzt fühlt es sich ganz gut an. Und dann war es eben doch zu wenig Galopp. Deswegen habe ich da dann auch ein bisschen mehr Galopp geritten. Genau. Der Galopp ist sehr bequem, aber der Trab ist auch sehr bequem. Der Übergang war so, naja, den hätte ich besser vorbereiten können, hat sie aber brav gemacht. Deswegen habe ich sie da auch gelobt. Sie hat ja genau das gemacht, was ich ihr gesagt habe. Wenn ich ihr das blöd sage, kann sie es auch nicht gut machen. Ja, deswegen war sie da ganz gut. Da bin ich noch leicht getrabt, habe dann den Übergang zum Schritt geritten. Den fand ich ganz in Ordnung. Der Schritt ist auch ganz gut. Leider haben wir relativ wenig Schritt gefilmt, aber naja, hier dann wieder im Aussitzen. Da habe ich die Zügel schon etwas verkürzt und ich muss natürlich an meinem Sitz arbeiten. Meine Hände, ja, die linke Hand verkrümelt sich immer so ein bisschen. Fällt mir beim Reiten gar nicht so auf. Wenn ich sehe, fällt es mir natürlich auf. Aber gut, ich bin ewig nicht geritten. Ich bin ewig kein Unterricht geritten. Das kommt alles wieder. Hier nochmal der Übergang zum Schritt. Da bin ich dann die ganze Bahn getrabt, einfach um sie auch im Trab ein bisschen vorwärts zu bekommen, weil sie sich eben doch sehr fest hält noch. Genau. Sie nimmt aber die Biegung auch schön an. Da bin ich dann rüber auf die linke Hand geritten. Einmal durch die Halbbahn wechseln. Und ja, rechts ist auf jeden Fall ihre bessere Hand. Links ist das Ganze immer noch so ein bisschen verhalten. Aber es ist auf jeden Fall alles ausbaubar und ich bin ganz zufrieden fürs dritte Mal. Da auch wieder der Übergang zum Schritt. Der war nicht so schön, aber naja, linke Hand halt. Da wollte sie mir ausfallen. Das habe ich gemerkt im Galopp. Deswegen habe ich sie da einmal vorwärts geschickt. Das hat man gesehen. Im Ganzen muss natürlich, ja, es muss alles noch gleichmäßiger werden, ruhiger werden, rhythmischer. Aber wir fummeln uns da schon ein und ja, bald startet unser Training mit unserer Trainerin und dann wird das alles wieder besser werden. Auch mein Sitz wird besser werden. Der Übergang war ganz in Ordnung. Ja, kann ich nicht meckern. Da habe ich ihr die Zügel schon wieder etwas länger gelassen. Ich möchte gerne auch zwischendurch in der Arbeitsphase ihr die Zügel einfach mal aus der Hand karen lassen können, damit sie sich streckt, damit sie das lernt, dass sie sich an die Hand randehnen kann. Und ja, genau. Deswegen da eben leicht traben und Zügel etwas länger werden lassen. Zum Schluss bin ich sie einfach nochmal ganz bahn getrabt. Auf dem zweiten Hufschlag, um den äußeren Schenkel da so ein bisschen vermehrt zu nutzen, sage ich es mal so. Dann bin ich auch im Galopp auf jeder Hand einmal ganze Bahn galoppiert. Ja, damit sie einfach mal geradeaus galoppieren kann, damit sie vorwärts galoppieren kann. Und ja, also auf dem Zirkel macht ihr das schon sehr schön im Galopp. Aber es ist ein großes Pferd. Wir haben die 2060 Halle. Warum also nicht ausnutzen und einfach auch mal die langen Seiten zum Galoppieren geben. Hat auch ganz gut geklappt. Ich habe jetzt hier leider den Linksgalopp drauf. Aber ich bin auch rechts rum zwei Runden ganze Bahn galoppiert. Einfach damit sie, wie gesagt, geradeaus laufen kann und auch mal durchspringen kann und sich eben nicht darauf konzentrieren muss. Durchspringen und Biegung. Deswegen. Aber das hat sie gut gemacht und ich war sehr zufrieden fürs dritte Mal. Und ja, ich bin gespannt, wohin unsere Reise gehen wird und freue mich auf die Winterarbeit, um dann hoffentlich im nächsten Frühling die Früchte davon zu ernten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Woche.